Das ist unglaublich. Ich bin jetzt seit 18 Monaten bei Kayani. Seither zahlt mir das Unternehmen, mir und meiner Familie, vier neue Autos. Ich bin begeistert. I live Kayani. Hallo, mein Name ist Anita Bauer. Ich bin jetzt aktiv tätig bei Kayani seit eineinhalb Jahren. Bisher habe ich meine Autos immer selber bezahlen müssen. Seit einem Jahr zahlt mir Kayani mein Auto. Wie geil ist das denn? I live Kayani. Hallo und einen wunderschönen guten Tag. Ich bin jetzt 25 Jahre in dieser Industrie Network Marketing. Ich habe schon viel erlebt und was hier passiert, ist unglaublich. 19 Monate fahre ich jetzt ein wunderschönes Auto in Weiß mit blauem Aufkleber von Kayani. Ich sage euch noch eins, schaut euch das mal ganz genau an. I live Kayani. Experience more. Ich bin Mario und ich habe vor 13 Monaten mit Kayani gestartet. Vorgestern konnte ich mein tolles Auto abholen und das Beste daran ist, die Firma Kayani bezahlt das jeden Monat. I live Kayani. Mein Name ist Tassilo. Ich bin seit elf Monaten bei Kayani, habe die Firma kennengelernt und es gibt keine Firma, die mir mein Fahrzeug bezahlt. I live Kayani. Mein Name ist Andre Lindig. Ich bin jetzt seit gut zwei Jahren bei Kayani. Ich habe das Geschäft nebenberuflich aufgebaut und habe mir das Geld ansparen lassen und habe mir jetzt diesen Traumwagen gekauft und die Firma hat es komplett bezahlt. Danke, Kayani. I live Kayani. Hallo, mein Name ist Kerstin und das ist mein Traumauto. Ein Audi A5 Cabriolet. Mit Kayani war das so einfach. I live Kayani. Mein Name ist Frank Bosch. Ich bin jetzt seit 22 Monaten bei Kayani und seit dem vierten Monat zahlt mir dieses Unternehmen dieses fantastische Auto. Ich bin begeistert als Partner von Kayani, in diesen Genuss dieses Autoprogramms zu kommen. Das Besondere daran ist, ich bin als selbstständiger Unternehmer seit 15 Jahren immer schon dabei gewesen, ein Auto zu finanzieren, zu leasen und jetzt seit 18 Monaten bekomme ich das vom Unternehmen bezahlt. Ich finde es einfach großartig. I live Kayani.